Also ich habe mich für diese Schule entschieden, weil sie erstmal nicht so wahnsinnig groß ist, weil ich das Miteinander der Schüler, Eltern, Lehrer in diesem Kreis sehr angenehm finde. Ich finde auch das Konzept mit der Schulkleidung sehr ansprechend. Alles in allem, nicht zuletzt ist es natürlich so, dass hier gefühlt auch viel weniger Unterricht ausfällt.